Im Zuge der Vienna Design Week hat die Firma Dyson einen Kreativ-Workshop auf der Universität für Angewandte Kunst veranstaltet. Was wir machen wollen, ist, dass wir einfach die jungen Leute inspirieren, kreativ zu sein. Denn durch Kreativität entstehen auch unsere Produkte und neue Technologien. Und das wollen wir einfach bei dieser Gelegenheit inspirieren und die Initialzündung geben. Geleitet hat den Workshop der Dyson-Design-Ingenieur Chris Butcher. Das war unglaublich. Da war so viele Emotionen, so viele Lust auf ein Problem zu finden und dann eine Lösung zu finden. Das war unglaublich. Wirklich, wirklich super. Kreative, die mit Dyson in Kontakt treten wollen, können das auf www.dyson.com